Auch EU-Beitritt verspricht, enttäuscht Georgien, erklärt einer, der das Ohr am Volk hat. In Tiflis verwinkelter Altstadt produziert Rainer Kaufmann seit Jahren die einzige deutschsprachige Zeitung des Landes. Es gibt eine ganz einfache Gleichung in den Köpfen der Menschen, auch der Regierung. EU und NATO ist gleich Schutz vor Russland, Schutz vor den historischen Erfahrungen.